ja moin herzlich willkommen zu neuen video von mir heute gibt es mal wieder eine tierlist ist jetzt schon ein bisschen her wo ich eine gemacht habe ich habe erst mal gewartet bis jetzt noch brave token kommt bis ich da so ein bisschen was rauskristallisiert ich denke ich habe jetzt genug gewartet und was hier ganz wichtig ist hier geht es nicht darum wie diese decks in turnieren performen oder wie die gespielt werden wie oft die gespielt werden in turnieren es geht einfach nur darum wie performen die in master duel ich habe heute auch keine rogue decks wahrscheinlich dabei man kann vielleicht ein bisschen diskutieren wegen subterror oder was anderes hier geht es einfach nur darum wie performen diese decks in master duel weil es ja immer noch ein online spiel wo man jederzeit spielen kann und deswegen finde ich wenn man dann nur auf die turniere achtet ist ein bisschen schwierig deswegen gibt es einfach nur von mir eine liste wie das wie diese decks hier performen deswegen fangen wir doch gleich mal mit einem richtig ekelhaften deck an mit prank kids brave token und bei denen ist halt ekelhaft die hatten ein bisschen angst vor nibiru das konnte das deck so lahmlegen erst mal und jetzt mit brave token engine ist sind die quasi nibiru proof die können einfach durchziehen und haben dann noch eine gate auf dem feld und können dein board einfach zweimal klären was schon recht stark ist muss man sagen und auch ja one card combo ist es konsistent was ist der kalt einfach noch mal unglaublich stark macht die brauchen ihre normal beschwörung nicht ich meine die normal beschwörung brauchen sie aber der trick hat keinen effekt erst im friedhof dann und das ist dann kein problem für die brave token engine ist für mich locker tier 1 das ist so stark das deck ich habe schon dagegen gespielt ich habe es nicht outen können auch mit einer guten hand ich bin nicht durchgekommen dasselbe wird wahrscheinlich dann auch für based gelten ja das ist wahrscheinlich alles eklige zusammen in einem deck zusammen gemischt man spielt mit brave token engine man spielt mit diesen rosendrachen wo sich vom deck specialen man spielt mit den glung mit den ganzen yang zing monster man kann sich eine yang zing konterfallen karte surgen was noch mal negate ist man bekommt locker kaliberlade wilddrachen aufs feld man kann mit dem tomahawk kann man sich tokens beschwören wo man noch mal in synchro gehen kann also da kommen schon einige negates in einem spielzug zusammen und die können auch durch relativ viel durchspielen und spielen an sich auch noch ein paar handtraps mit protos dann auch noch mal ein floodgate was sehr stark ist also für mich auch locker ein tier 1 deck safe dann haben wir hier zombies ich hätte jetzt gesagt das zombie endlich ist auch ein gutes deck ist sogar jetzt noch ein bisschen besser geworden in der letter meiner meinung nach einfach wegen zombie welt und nachbars grases grüner gibt es ja auch noch aber die zombie welt macht da schon viel vor allen dingen gegen wanderbrise weil zombie welt den effekt hat erstmal werden alle zu zombies was jetzt nicht so schlimm ist für wanderbrise aber man kann keine tribut beschwörung mehr machen was halt das deck schon lahm legt und deswegen würde ich sagen es ist immer noch tier 2 weil das deck an sich auch schon recht stark ist vor allen dingen man hat noch die endlich traps man hat baller troch und ja sind schon zwei ekelhafte decks zusammen gemischt und vor allen dingen wenn dann nachbars grases grüner der atombombenknopf gedrückt wird ist meistens dann eh schon gg wenn die durchgeht dann haben wir hier die auroradon kombo was auch ekelhaft ist ich habe schon öfters mal dagegen gespielt und ich bin einfach nicht durch das board gekommen die spielen mit dem tg wie heißen der tg librarian irgendwie sowas da kann man dann immer wieder karten ziehen weil wenn synchro monster beschworen wird hat er den effekt dass man eine karte ziehen kann ist kein once per turn die kriegen kaliberlade wilddrachen auf dem feld die spielen mit brave token die kriegen auch dpe locker aus fällt mit einem koloss und da muss man dann auch erstmal durchkommen ich habe es noch nicht geschafft und halt auch wieder mit den long und mit pitch armor wie das ding heißt kriegen die auch noch den true king aus fällt und ist auch ein abartiges deck ich würde aber sagen ist es ist schon stark ich würde sagen ist so kurz tier 1 aber ich finde jetzt nicht so stark wie die anderen zwei hier deswegen pack ich einfach mal hier vor zombie welt ist es auf jeden fall strong gar keine frage dann haben wir würde ich sagen erstmal schon mal hier tier 3 deck das erste ed emancipator ist zwar gut ist eigentlich auch noch bei full power kann man sagen da wurde ja nichts mehr gehittet die haben block drachen noch union carrier die können einen baster locken also wenn die first gehen und die sind nicht interrupted ist das schon extrem gut aber ich finde es halt nicht so stark going second muss ich da leider sagen going second ist es nicht so gut aber trotzdem noch ein stabiles deck für die ladder vor allen dingen ja wenn die full board gehen kommt man da auch sehr sehr schwer durch selbe würde ich fast sagen für eddie gnister ich finde relativ viele spiel going second decks numeron oder auch dieses luna kaiju ding ich glaube jetzt nicht dass so viele alte krieger spielen aber ja relativ viele leute spielen halt kaijus zum beispiel jetzt auch plunder die spielen auch kaiju wenn das boss monster da liegt und mein kaiju das einfach weg dann tut es denen schon weh ich meine es ist schon strong the stack mit einem fünf oder sechstausender beatstick der unberührt bleibt der muss man dann auch erstmal weg kriegen aber ich würde sagen so für die ladder ist es tier 3 ja ich würde auch nicht unbedingt sagen dass es besser ist als ed emancipator da kann man natürlich dann diskutieren wir haben hier auch noch dinos dinos sind gut going second was schon mal nice ist für die ladder und sind auch gut going first und die können halt auch durch port of prosperity einfach durch otk was schon gutes stück ist kriegen auch sehr viel negates aufs feld können auch durch viel durchspielen blöd ist halt nur dass sie keine brave token spielen können das heißt sie müssen immer noch ein bisschen von nibiru fürchten aber dadurch dass misc auf drei ist ist es halt schon mal doch noch ein starkes deck und ich würde sogar sagen es ist immer noch tier 2 viele unterschätzen das deck aber ich finde es ist halt noch sehr 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 stark ist halt einfach bei full power muss man hier sagen hier gibt es dann auch noch dragon link was gebrauch macht von der brave token engine ich denke so viel muss ich jetzt nicht dazu sagen es packt einen haufen negates aufs bord braucht die normals haben wir nicht für full combo die können einfach so schön rein zwirbeln und jetzt mit der brave token engine haben sie noch was gegen nibiru auf der auf dem feld und ja würde ich sagen ist ein starkes tier 2 deck auf jeden fall ich pack einfach mal dazwischen kann man auch hier vielleicht reinpacken aber ja ist auf jeden fall stark dann 3 3 ich muss sagen 3 3 ist immer noch stark aber irgendwie kommt es nicht mehr so gut durch ich finde es ist halt einfach immer noch ist halt einfach dasselbe kann aber nicht mit den anderen decks mithalten ich meine man kann wenn man will einfach das das boss monster von denen die disco kugel mit droplet outen und kann dann vielleicht durch die negates wo er sich searcht einfach durchspielen man kann auch die zweite den den zweiten effekt von der beatrice negieren mit droplet und dann kommt man da eigentlich schon einigermaßen gut durch ich würde sagen es ist ein starkes tier 3 deck auf jeden fall ich glaube auch nicht wenn es going second gegen die anderen decks hier ankommen würde also das glaube ich jetzt nicht ich meine man sieht es auch kaum noch aber ist trotzdem nicht zu unterschätzen ist quasi auch noch bei full power auch wenn benton auf 1 ist ich meine die haben drei mal eva war schon nicht so geil ist hier haben wir dann endlich ich würde sagen endlich pur ich finde endlich pur ist halt auch einfach immer noch stark dadurch dass sie einfach so viele floodgates spielen wenn man einfach noch mal sage ich mal zombie welt reinpackt ist es für mich immer noch ein tier 2 deck gar keine frage man kann es einfach mit zombie welt spielen ohne dass man wirklich die zombie spielt wie baller doch oder sowas einfach nur für das matchup für wanderbrese und dann steigt quasi noch mal die qualität vom deck dann haben wir hier brave tenji ist für mich halt auch immer brave tenji ich meine needle fiber denn die sword soul was auch immer ist halt auch einfach mit der auroradon kombo richtig lames deck wenn die dann noch den true king aufs feld knüppeln und auch anderes zeug noch ist halt schwertsäle ein bisschen getunt ich finde es lame weil es einfach so stark ist und ist für mich halt auch einfach noch tier 1 helden ich weiß nicht helden packe ich mal hier auf tier 3 helden hat jetzt eigentlich nichts wirklich getan die brauchen ihre normal summons heißt die können mit brave token nichts anfangen ja finde ich jetzt nicht so sonderlich stark auch wenn die sehr viel zugriff auf den dpe haben ja aber mehr als tier 3 würde ich hier nicht sagen packen wir mal ganz hinten hin würde ich vielleicht sogar noch auf rogt hier packen wir haben hier unten übrigens nichts auf d wir haben hier noch live twin live twin ist auch ein sehr starkes deck jetzt wo sie die trouble sunny haben das heißt man kann nicht mehr einfach über die monster drüber angreifen wenn man die sunny weg machen will dann kann man einfach die quasi als tribut anbieten und die zwei wieder vom friedhof special ist halt schwach gegen called by the grave wenn das durchgeht aber die spielen sehr sehr viele handtraps auch cross out designator macht da sinn gerade weil die so viele handtraps spielen man kann da locker 20 handtraps rein knallen und wenn man die gut einsetzt kann der gegner quasi auch nicht mehr viel machen vor allen dingen die können einfach geister ogre spielen haben was gegen die brave token engine ich würde sagen ist es schon eher so ein stabiles tier 2 deck ist auf gar keinen fall irgendein fun deck es ist sehr sehr strong wo ich auch schon dagegen verloren habe und ja aber nicht stärker als das hier also auf jeden fall ein strongest deck dann haben wir hier luna kaiju oder blind going seconds wie es manche nennen aber ist sehr strong kann einen locker otk an ich denke es kann auch durch die boards hier oben durchspielen einfach wenn die jetzt zum beispiel den butler liegen haben können sie mit einem kaiju anbieten können dann noch so viel special dass der eine negate auch nichts bringt und otk an dann einfach ich würde auch sagen dass es ein tier 2 deck ist auf jeden fall einfach weil das over performt meiner meinung nach in der ranked liste es spielen viele und die gewinnen dann halt auch meistens dasselbe gilt dann hier wenn wir schon bei going second deck sind auch für numeron numeron ist einfach sick in der letter man kann die meisten selbst nicht otk an weil die dann das monster abschmeißen wo dann die battle phase rum ist und wenn man dann nicht aufpasst wird man halt einfach selbst otk und viele können den mega klopp nicht outen was auch noch mal ekelhaft ist und die kriegen schon schnell ihren otk durch deswegen ist es für mich locker tier 2 weil sei einfach es ist einfach zu spielen und es ist effektiv muss man da leider sagen dann haben wir magi dolche auch noch ein goal going second deck oder madolche finde die jetzt allerdings nicht so stark die verlieren auch relativ schnell gegen hand traps gerade gegen nibiru oder sowas das tut denen schon weh sind aber trotzdem noch ich würde aber trotzdem sagen die sind tier 3 ich finde die zwei going second decks halt schon wesentlich besser ich finde sogar alte krieger besser als madolche aber jetzt alte krieger gefallen mir halt ja deswegen tier 3 denke ich ist angemessen für madolche wir haben hier noch endymion packe ich auch mal auf tier 2 weil das einfach strong ist going first ist es insane ist nibiru proof auch ohne brave token weil die halt mit dem schakal einfach den nibiru negieren können kriegen sehr viele negates aufs feld und going second kann man auch durch ein bisschen was durchspielen deswegen für mich ein lockeres tier 2 auch wenn es nicht wirklich was passiert ist in der letzten zeit dann haben wir hier noch das nächste tier 1 deck nämlich pk brave die brauchen ihre normals haben auch nicht das heißt die können wieder in die brave token engine gehen die haben rongo wenn es schief gehen sollte oder wenn es schlimmstenfalls enden die mit einem negate und mit einem dpe was halt auch schon strong ist die können ihren friedhof dann auch noch mit benutzen also das ist sehr sehr ekliges deck im schlimmsten fall sage ich euch wie es ist wenn die gut negiert werden dann haben die immer noch eine nebelklinge unten sitzen dann greifen und dpe das ist wahrscheinlich ihr schlechtest schlechtestes board und deswegen lockert ihr eins lockert das ist so ein ekelhaftes deck auch schon dagegen gespielt ich habe es nicht outen können dann haben wir hier blunder brave die brauchen eigentlich auch nicht ihre normalbeschwörung weil ja man kann einfach in den blackbeard gehen und dann turn passen und hat dann quasi negate mit brave token und hat dann noch den blackbeard liegen nur finde ich es halt ein bisschen problematisch viele ich habe selbst gemerkt viele enden halt einfach auf den greifen mit dem mit dem token und da geht dann halt nicht so viel und ja ich würde es aber trotzdem sagen ist es ein starkes tier 3 deck tier 2 deck ich bin mir gerade nicht so sicher ich würde ich setze mal ans hintere ende ähm hintere ende von tier 2 ich finde das ist nicht schlecht der einzige nachteil was das deck hat ist zum beispiel ähm wenn der gegner ein windmonster liegen hat können wir damit nichts anfangen so ein bisschen rng ist da halt schon drin was der gegner spielt höchstens wenn wir die fallen karte haben und können da ein bisschen manipulieren dass wir in unsere engine reinkommen aber sonst ach ich würde sagen komm machen was tier 3 ähm ja trotzdem noch ein starkes deck salaman great ich musste das irgendwie mit rein nehmen weil es an sich nicht schlecht ist wenn der ich heiße hitleo ne hitleo ist das monster was hier drauf abgezeigt ist es kommt auf jeden fall noch ein link 3 monster wo man karten ziehen kann und dann wird es nämlich noch relativ gutes deck aber jetzt so wie es ist man muss es halt wirklich spielen können und man muss überlegt seine karten benutzen weil sonst verliert man das deck verliert man das deck verliert man das game und ich würde sagen ist auf jeden fall noch ein tier 3 deck in der letter meiner meinung nach ich finde es jetzt nicht so stark wie die oberen decks hier aber ist auch nicht so schwach dann haben wir hier schadol der schadol dogmatiker invoked ist halt auch noch ein strongest deck finde ich jetzt aber bei weitem nicht so nervig wie die anderen decks wo hier jetzt schon drin sind und die verlieren halt relativ schnell gegen wanderbrise ich glaube das matchup ist schon fast ein safe loss wenn die gegen wanderbrise spielen winter interessiert die halt nicht macabre denke ich auch nicht großartig zur not können sie dem macabre einfach verdeckt legen mit dem buch und deswegen würde ich sagen gerade weil so viel wanderbrise gespielt hat es ist hier halt einfach ein t3 deck ja wir haben jetzt skystriker brave token da habe ich unten das brave token ding vergessen die brauchen ihre normals haben eigentlich auch nicht weil sie die entweder weglinken oder halt auch mit dem schnelleffekt weglinken können weil es die müssen ja tributieren für die kosten und was das deck halt auch schon ein bisschen besser macht also funktioniert tatsächlich sehr gut und ich würde es auch einfach mal auf tier 2 packen ja so ist denke ich ganz okay dann auch noch ein unterschätztes deck ist spiral man kann das auch mit needle fiber spielen und kann da ordentlich kombos raushauen das problem ist halt ich finde es sehr schwer das deck und es ist auch noch nicht bei full power aber es ist trotzdem sehr sehr starkes deck und auch underrated ich würde es deswegen einfach mal in tier 3 packen und es kann halt einfach die monster von denen können nicht gezielt werden durch die feld zauber karte was schon mal insane ist und er kriegt halt einfach mindestens ein pop aufs feld für zwei karten vom gegner was halt auch schon mal sehr stark ist und die sind halt auch wenn die ihren friedhof mitnehmen die können halt mit deinem deck quasi machen was sie wollen also die nehmen ihren friedhof mit also haben gute friedhofseffekte können da gut recyceln und durch die drohne können sie halt dein deck so manipulieren dass du halt nicht an deine guten karten kommst und deswegen hier verdient es tier 3 auf jeden fall selbe gilt auch für sub tarot ist auch underrated wird jetzt aber ein bisschen mehr gespielt vor allen dingen die sind halt auch going second meiner meinung nach recht gut weil ja man setzt im schlechtesten fall setzt man einfach alle seine karten und beendet dann spielzug und hat dann trotzdem zugriff auf seine komplette back row weil man einfach den spielzug beendet ja spielt jetzt nicht jeder zwillings zwist oder sowas die karte sehe ich sehr 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 selten und deswegen ist auch noch locker ein tier 3 deck kann auch ein bisschen besser sein als die bei den tier 3 decks ist eigentlich die reihenfolge egal bis auf die zwei decks hier vorne weil ich mir da nicht sicher war dann haben wir noch chaos was auch ein recht gutes deck ist gerade mit den donnerdrachen zusammen die haben zugriff auf den koloss die können auch zweimal den titan beschwören und sie dann zwei karten poppen und auch mit dpe ist es recht nervig weil die dann der dpe kann einfach einen donnerdrachen wählen donnerdrache aktiviert den effekt damit er nicht zerstört wird und kriegt dann auch nochmal einen free pop also auch ein sehr sehr starkes deck ich würde es auch hier mal so dazwischen packen tier 2 weil es auch mit nachbars gras ist grüner ist das deck richtig ekelhaft hier haben wir noch zodiac star brigade ist zwar immer noch ganz gut aber ich finde es performt nicht mehr so gut wie es mal performt hat wenn ich da ganz ehrlich bin gerade jetzt finden jeder brave token spielt hat das deck jetzt auch nicht so einfach jeder spielt gefühlt 20 handtraps und man kann das board eigentlich relativ einfach outen mittlerweile und wird dann einfach ot card von den meisten decks deswegen würde ich sagen ist halt immer noch strong aber ja nicht mehr so strong wie es war da sind die hier oben wesentlich ekliger als star brigade zodiac dann haben wir hier das nächste brave token engine deck pack ich auch einfach mal auf tier 1 ist virtual welt brave token die sind dann auch nibiru proof also sie müssen da auch keine angst mehr haben ein extra negate mit griffen die haben zugriff auf den true king ekelhaft mit shen shen können sie den friedhof vom gegner verband was manche decks halt schon brauchen und deswegen hier lockert tier 1 und das deck an sich ist schon relativ eklig vor allen dingen im grind game ist virtual welt sehr sehr stark meiner meinung nach dann wanderbrise ist für mich sage ich euch ganz ehrlich ist für mich eigentlich kein tier 1 deck aber wenn man das deck halt schon relativ vernünftig spielen kann ist es halt schon extrem stark ich würde es mal hier an die spitze packen zwischen tier 1 und tier 2 ich finde ich sage euch ganz ehrlich ich finde wanderbrise ist nicht auf einem level mit diesen decks hier auf gar keinen fall gerade weil das jetzt nicht so konstant ist vielleicht wenn die zauberkarte kommt die schnell zauberkarte von wanderbrise kann man da noch mal drüber diskutieren aber ich finde es ist höchstens an der spitze von tier 2 was eigentlich auch schon sehr guter platz ist aber auf keinen fall tier 1 vor allen dingen going second taugt das deck halt absolut nicht und dann haben wir hier noch zodiac brave token ist auch gut die brauchen ihre normals haben eigentlich auch nicht können dann halt in trident gehen und können auch noch negates aufs feld klatschen eigentlich wenn man mit der f0 spielt hat dann hat man zwei negates und auch einen dicken zeus kann man mit denen machen und gerade nibiru hat die so ein bisschen gekock blockt und jetzt mit brave token ja auch wieder nibiru proof das ist halt nibiru ist nicht mehr so gut wie er war weil halt fast jedes deck brave token benutzen kann und deswegen würde ich hier einfach mal das als hinteres tier 2 deck abstapeln abstapeln abstempel und ja das war es eigentlich im großen und ganz vielleicht ein bisschen höher aber wie gesagt bei den tier 2 decks muss man jetzt nicht so darauf achten außer die ersten hier ich hoffe ich stimmt mir so im großen und ganzen mit den decks zu wenn ich noch was vergessen habe schreibt mir in die kommentare ich bedanke mich auf jeden fall fürs zusehen dann sage ich ciao bis zum nächsten mal ja